Liebe Löningerinnen und Löninger, ich bin Sebastian Flerlage, 34 Jahre alt, gelernter Kaufmann und wohne in Benzdruck. Ich möchte für Sie in den Stadtrat. Ich kandidiere parteilos auf dem Listenplatz 5 der SPD. Ich möchte mich im Rat dafür engagieren, neue Gewerbeflächen zur Neuansiedlung und Weiterentwicklung von Firmen zu erschließen, den Löninger Bahnhof als Mittelpunkt der Stadt für den Tourismus und Personennahverkehr als zentralen Anlaufpunkt zu reaktivieren. Um die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, möchte ich in Kooperation mit den ansässigen Ärzten und dem Krankenhaus neue Ärzte für Löningen begeistern und gewinnen. Hierfür möchte ich mich für Sie im Rat einsetzen. Ich würde mich am 12. September über Ihre Stimme freuen und bedanke mich für Ihr Vertrauen in meine Person.